ein wunderschönen tag leute und willkommen zur nächsten folge mit black squad ich hoffe ich komme jetzt auch in ein runde rein in der wir noch nicht unterwegs waren gestern hatte ich alles schon aufgenommen gestern war alles schon perfekt und dann wollte ich das heute morgen alles rendern und hast du nicht gesehen und dann ist mir eingefallen oder ist mir aufgefallen dass meine aufnahme vom game keine audiospur hat ich denke ich darf ich alles noch mal machen und ich hatte gestern das glück drei runden aufzunehmen von maps die wir noch nicht hatten auch hier random map und ich hoffe das glück habe ich heute wieder eben gerade hatte ich das glück nicht da war schon eine map die wir schon hatten aber ich hoffe dass jetzt eine kommt die wir noch nicht hatten da ist dementsprechend auch meine laune mich voll scheiße voll im arsch alles wieder neu machen zu müssen und santorini hatten wir auf jeden fall noch nicht das ist schön endlich ich hoffe diesmal geht alles klar ich war mega angepisst halt da mega angepisst wegen so einem scheiß kleinen drecks programm was als standard audio aufnahme gerät mein mikrofon auswählt das mal machen zu müssen das ist ätzend das ist richtig ätzend haben wir den ersten haben wir schon mal das ist auch eine ziemlich große map die haben wir vorher immer gespielt ich weiß gar nicht wie die zerstören oder irgendwie so heißt das so ja mein elan ist jetzt auf jeden fall dank der der fehlgeschlagenen aufnahme etwas im keller ich hoffe das legt sich während der jetzigen aufnahme wieder entschuldigung und dann kommt er von hinten nervt dann wirst ihr von den ganzen affen auch noch geblockt da geht es nicht lang wir brauchen mehr Feuersupport wir brauchen mehr Feuersupport wir brauchen mehr Feuersupport mehr Aaaaaaaaaaaaaaah! Immer dann wenn man die Affen nicht am wenigsten gebrauchen kann kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen. Schlimm. Schlimm, schlimm. Meine Fresse hat der Team zu tun oder was? Wir brauchen mehr Feuer-Support. Geht an! Junge geht der Alexander mir auf den Sack mit seinem Scheiß. Wieso hat denn der nix gemacht, Allah? Steht mein Teamkollege dahinter und schießt nicht. Juhu. So einen Teamkollegen brauchen wir. Unbedingt. Boah, Alter, halt doch deine Fresse, Junge, Alter. Der geht so auf den Sack gerade, ne? Geht gar nicht. Idiot. Na, mein Mund ist mir schon wieder am Träumen. Alter Schwede, kann den mal einer entfernen? Der geht mir voll auf Pinsel, Alter. Habe ich natürlich wieder die beste Laune heute zum Zocken, zum Aufnehmen und dann ist da noch so ein Spinner dabei, der da andauernd diese scheiß Funkgeräte kacke benutzt. Ja, ich renne um die Kurve und du erschießt mich nicht. Der geht mir voll auf den Sack, der tut. Alter Schwede, kann den mal einer ruhig stellen? Das ist doch nicht normal. Alter Schwede, der Typ geht mir so auf den Kranz, ne? Geht, 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 geht! Area secure. Uff. Nein. Hätte ich mal erst geschossen und dann nachgeladen. Und dann, wer meines Glückes ist, natürlich wäre das Magazin da gewesen. Und hätte dann, natürlich blöde, in die Wäsche geguckt. Oder man kommt von hinten, weil man hinter irgendeiner Kiste sitzt. Hat er so süß um die Ecke geguckt, da habe ich schon gedacht, das war ein Feind. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe den noch in den Helm geschossen, Alter. Und der ist nicht umgefallen. Verdammt. Oh, ich spiele doch wahnsinnig beschissen. Wir haben es doch erst frühst um 8 Uhr heute. Irgendwie ist meine Lust noch nicht ganz da, wo sie hingehört. Zumindest hat der andere Spinner jetzt mal aufgehört. Und mit seinem Luftbecker, ne? Geht, was ist das? Ja, das war mir so klar. Das war mir klar. Eben gerade wollte ich es noch sagen. Der Typ geht mir auf den Sender. Der Typ geht mir auf den Sender. Auf jeden Fall ist es eine schön große, verwinkelte Map. Ich hätte ja hier irgendwie gerade voll nichts gebacken, Alter. Ich werde das nicht gebacken, was ich nicht gebacken. Oh, natürlich. Ist grad voll nicht meine Runde, äh? Ich hab so früher am Morgen angefangen. Verzeihung. Vielleicht zweimal nicht. Ist hier auch noch gestorben neben mir. Oh. Na klar. Eine Minute haben wir noch. 50. Oh, ich liest grad nie. Voll nicht meine Runde. Voll nicht. Der bequert mir in der nächsten Runde. Auf jeden Fall. Was waren das? Erst rennt er nicht auf mich zu, schießt nicht, dann dreh ich mich hoch, dann macht er mich platt. Während ich auf ihn schieße, Alter. Ist nicht mein Ding. Und wir sind auch schon wieder voll. Meine Fresse, Alter. Ja, hast doch noch mal Glück gehabt, was? Oh, gesiegt haben wir ein Gesicht. War die Runde anstrengend. Ja. In diesem Sinne. Musste ich das Ganze nochmal machen. Ich bin auch noch irgendwie voll noch genervt von dem ganzen Scheiß, weil das nicht geklappt hat da gestern mit dem ganzen Scheiß. Wir haben gespielt 13, 18 auch noch negativ. Oh man. Ne. Da. Ja. Gut. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommi, ein Abo oder was weiß ich was. Keine Ahnung. Macht wie ihr denkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.